Es sollte eigentlich ein munteres Fußballspiel werden zwischen VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach. Das war es auch bis zur 70. Minute, bis dann etwas das Spiel komplett überschattete, nämlich der Schiedsrichter, Assistent draußen, der Linienrichter, wurde von einem Becher getroffen und musste dann in die Kabine gehen und dadurch wurde das Spiel zwischen Bochum und Gladbach abgebrochen. Eine komplett dämliche Aktion von einem Bochumer Fan, zumindest aus der Sektion, wo die Bochumer Fans sitzen und komplett unangebracht bis zu diesem Zeitpunkt hat Gladbach mit 2 zu 0 geführt, nachdem sie sehr effizient zwei Chancen genutzt haben und die Bochumer damit ordentlich in Bedrängnis gebracht haben, um mehr offensiver zu werden, während die Bochumer in der ersten Hälfte eine sehr gute erste Hälfte gespielt haben und wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt hat Gladbach mit 2 zu 0 geführt. Die Tore für Gladbach erzielten alles am Player, nach einer schönen Eckball-Variante, wo er am Ende steht und den Ball eigentlich fast mit direkter Name ins lange Eck platzieren kann. Ein Flachschuss, wo Riemann keine Chance hatte mehr. Eine einschließende Situation vor allem und damit brachte er Gladbach in Führung. Wie schon vorerwähnt hat Bochum in der ersten Hälfte besser, mit mehr Spielanteilen. Gladbach nicht wirklich existent, nur ab und zu mal gefährlich vor das Tor von Riemann gekommen, aber dann eben durch Plea in der zweiten Halbzeit in Führung gegangen. Und dann nutzte Gladbach diese Verunsicherung, die dann in der Bochumer Defensive herrschte, auch aus. Hatte auch damit zu tun, dass Belakotschab und Masovic, die zwei Innenverteidiger von den Bochumern, schon mit Geld belastet waren und dadurch hatte Gladbach dann mehr Möglichkeiten mit ihren Stürmern, also mit Plea, mit Toram und mit Embolo, hinter die Defensive zu kommen und das nutzen sie dann gleich eiskalt aus. Dann breelt Donald Embolo und macht das 2 zu 0 nach einer Vorlage von Stefan Leiner, der ja wieder zurückgekehrt war und mit einem schönen platzierten Schuss ins linke Eck wieder Riemann. Chancenlos bei diesem Abschluss von Embolo und somit 2 zu 0 für Gladbach in der zweiten Hälfte. Bochum dann immer wieder mit wütenden Angriffen und sie kamen dann immer wieder gefährlich vor das Tor. Nicht zwingend, aber immer wieder mit Flanken auf Polter in der Mitte, Holtmann und Anvia Cey mit den schnellen Läufen außen. Und dann gab es eine Situation, wo eben Anvia Cey eine Möglichkeit hatte, hier einen Abschluss zu schaffen auf Sommer, der mal wieder überragend hielt die Bälle von Bochum in der ersten Hälfte. Aber dann kam es zu mir klar. Der Lindenrichter wird komplett aus dem Nichts von einem Becher beworfen, wo auch noch wahrscheinlich Bier drin war und auch komplett am Kopf getroffen. Gott sei Dank ist augenscheinlich noch nichts passiert und er konnte auch gleich wieder aufstehen und gleich mit dem Schiedsrichter reden. Natürlich sind sie dann auch in die Kabine gegangen, um das auch zu besprechen. Nichtsdestotrotz eine komplett dämliche Aktion von dem Fan, der da diesen Becher geworfen hat. Ich verstehe bis heute nicht, wie man so etwas machen kann, wie man den ganzen Fans im Stadion, vor allem das Stadion wieder vollgepackt, diesen Abend ruinieren kann. Den Gladbach-Fans, den Bochum-Fans oder generell neutralen Fans. Und vor allem das Spiel war ja sehr, sehr attraktiv bis zum Zeitpunkt. Einfach schade, dass es so enden musste. Und Gladbach wird jetzt wahrscheinlich einen Sieg bekommen bei 0-3 oder das 0-2. Je nachdem, auf jeden Fall kein schöner Abend für den Fußball. Trotzdem möchte ich nochmal ganz kurz über das Sportliche reden. Gladbach hat ja 2-0 geführt bis zu der Unterbrechung. Und das halt sehr effizient auch. Die Gladbacher haben in der zweiten Hälfte dann mal wieder verdeutlicht, dass sie eben aus den Chancen, die sie haben, auch einiges nutzen können. Und eben durch ihre Stürmer mit Plea und Embolo auch sehr, sehr treffsichere Stürmer haben. Bochum hat es leider verpasst an dem Abend, ihre Chancen zu nutzen. Und waren dann defensiv dann doch anfälliger. Und mussten deswegen diese zwei Tore hinnehmen. Ob sie es dann noch gedreht hätten, wer weiß. Aber natürlich, Gladbach hat bis zum Zeitpunkt sehr effizient gespielt. Einfach traurig, dass es so enden musste. Aber nochmal kurz zum Sportlichen am Ende. Wie lautet euer Fazit nach dem Bundesligaspiel zwischen VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach? Wer war euer Man of the Match? Schreibt es ihn mal gerne in die Kommentare rein. Und wie schätzt ihr generell den restlichen Saisonverlauf für beide Mannschaften ein? Auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und falls euch diese Nachbesprechung zum Bundesligaspiel am Freitagabend gefallen hat, gerne Bewertung da lassen. Gerne den Kanal auch abonnieren, würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video, bis bald und ciao.